Dieser neue Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist zweitürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS auf ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.